Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Goodness annehmen. Ok. 200. 100. 11. Ok. Blutmeister. Spiel betreten. Ok. Jo, dann werden wir mal gucken, was hier so abgeht. Bataks Clan Anführer, das bin ich. Oh. Was habe ich gemacht? Ok. Zuerst gucken wir mal, wo wir finden unsere Hauptqueste. Allianz. Charakter. Warte mal, das mit den Dailies, tägliche Dailies. Da. Na gut, es sind ja nur 3. Da steht 12 Stück muss ich fertigen. Stadt besuchen. Ich bin froh. Ich bin froh. Eine Ausrüstung purifizieren. Purifizieren. Och, dann wird es ja schlechter. Wird auch schlechter. Das wird hier schlechter. Besser? Besser. Purifizieren. Ich habe keine Items. Oh nein. Oh nein. Oh, ich muss kämpfen, damit ich das kriege. Gut. Dann drehen wir die nochmal um. Mission. Ach, ist schon fertig. Schatz plündern. Dann mache ich jetzt hier oben den erstmal. Schatz plündern. Dann halt nicht. Dann machen wir den. Mission. Wildnis. Hinaufstellen. Betreten. Jetzt werde ich ganz normal. Oh, der wartet hier. Da sind die ganzen Affen. Der wartet hier. 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 Gefällige Aufgabe in der Nähe. Hätte ich beide noch verloren, weil ich den Ding gekämpft habe und nicht die Göttin Anna beschützt habe. Oh, der wartet hier. Oh, der wartet hier. Das war's. Das war's. Warum ist auch dahin gelaufen. Oh, der wartet hier. Oh, ich bin in der nächsten Kampfzone. Okay. Okay. Jetzt muss ich die heilige Mutter Maria beschützen. Die dritte Welle. Die dritte Welle. Und die letzte Welle. Und die letzte Welle. Die dritte 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 Welle. Und, wer kommt jetzt? Wer war das? Schon wieder Anna. Die Mondgütten Anna. Die Mondgütten Anna. Die Mondgütte Anna. Schatz hochleveln. Ausrüstung, Verstärkung, Verstärkung, einfordern. Alter austauschen. Alter austauschen. Alter austauschen. Okay, der kostet 900. Ich habe 5000. Alter austauschen. Alter austauschen. Alter austauschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Level 35 Das hier steht sowieso Level zu niedrig Fangen wir mit denen an Schnelles Betreten Betreten Ich bin noch auf eine Erste Ich bin noch auf eine Erste Ich weiß nicht, ich bin noch auf eine Erste Ich bin noch auf eine Erste Ich bin noch auf eine Erste ich bin auch auf Nummer 1 dann muss ich den Leuten erstmal zeigen wie man richtig kämpft ein Boss da ist der kleine Boss das bin ich und da ist er da oben einfordern einfordern und heldenaufstieg da habe ich nichts gut geschätzt blündern da fehlt da noch einer warum sagt er ich kann hier aufleveln warte mal meine Kampfkraft ist 31.000 blündern ich habe gewonnen ok das war auch das schon oder dailies sicher das war das jetzt habe ich es verstanden einfordern habe ich schon gemacht einfordern super Imperiumschlag Imperiumschlag da noch nicht oh super 2030 bis 2042 hat zwölf minuten auf am tag bis dahin müsste ich noch ein paar stunden warten also weiter gehts heldenlevel aufstieg ich muss ein heldenlevel aufsteigen ok ich habe die beiden sachen ich nehme glaube ich den hier lieber oder war der das kleinste level und speisen wow nice was sagt man dazu das zwei auf kam schatz hoch level mit das kleinere level bei den gehts gar nicht ok 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 dann kommt er jetzt dran mit level 29 und ich habe Angst ich habe noch eine einzige quest eine daily quest also ich bin schon fertig bis auf den Imperiumschlag der geht erst um 20.30 bis 20.42 das ist ja das was ich euch eigentlich nur zeigen wollte die ganzen dailies ich hole mir jetzt nochmal schnell die ganzen punkte ab da ist ein punkt schlagen schlacht ist das nicht auch eine automatik ist das nicht auch eine automatik das ist das das ist das das ist das ein das ist das das ist das geht wenn man sich Stecker. Genau. Ach, schon wieder tot. Heilung braucht sie nicht, aber da unten. Ja, und da. Doppel zu stark. Und nochmal. Und... Ich will smash the pieces. Ey, 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 hab ich schlecht gespielt. Ich bin zweimal gestorben, hab zwei gekillt. 2, 2, 1, 1, oh. Er hat zweimal jemanden gekillt. Ist auch fünfmal gestorben. Aua, das heißt, ich hab nur... Gut, gut, gut. Da ist ein Punkt. Der ist dafür gemeint. Automatik. Das ist schon. Da ist Automatik. Also, ich hab 40 Sekunden Zeit, um den Drachen zu besinnen. Ist nur noch... 32. Die Zeit steht hier oben links. Ich will smash you to pieces. Aber... Der bewegt sich gar nicht. An Anfang hat er sich bewegt. Aber hier bleibt er. Wird stehen. Also, ich vermute dann, wir machen den Schaden hier. Alle 10 Sterne, alle 20 Sterne. Und hier ist... Wir noch bei 6 Sterne. Müssen 30 Sterne holen. Das geht dann nach oben. Okay. Steckrocker. Vida. Jetzt hab ich kein Geld mehr. Und jetzt ist der eine Sterne fertig. Täglich dafür noch die eine einzige Quest. So, ein Mist. Und dann haben wir hier... So, Arena gehen. Ich habe die Kampfkraft 31.000. Kraft 4000. Das ist ja mal gar nichts. Mein Rang. Oh, jetzt geht es los hier. 12.000. 18.000. 24.000. 24.000. 28.000. Go, 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 go. Ich will verlieren. Nein, ich werde gewinnen. Nein, ich werde verlieren. Verstärken. Gegen den habe ich verloren. Obwohl ich... 3.000 Mäcken... habe. Das kann wohl nicht wahr sein. Na, dann ist ja jetzt egal. Da komme ich nicht mehr weiter. Das ist einfach, geht da um rum. Okay. Okay. Und? Okay. 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 Alles schön. Einfordern. Okay. Was habe ich denn hier? Oh, da ist sowas mal im Vorderen. Reifersen. Da ist noch einer. Oh, schön. Ich muss die Truhe haben. Da. Och Mensch. Oh nein. Bis weiter nach oben. Und? Ich habe keine Münzen mehr. Ich wollte doch nur die Truhe haben. Aber wenn nicht, ja. Da, 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 da. Fall doch noch runter. Ach, ist so eine Kacke. So. Wo geht es jetzt noch weiter? Da. Peitschen. Okay. Freigeben. Okay. Freigeben. Die ist 24.000. Die anderen sind alle kleiner. Okay. Wir fangen nicht wieder ein. Macht Spaß. So. Dann haben wir noch. Verlies. 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 Wo ist denn die Aufgabe? Ich glaube die warmen. Ja, 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 ja. ja auch nicht Level 88 muss ich sein ein Versuch habe ich hier noch schnelles beitreten, betreten und los geht's ach ja jetzt sind alle da ich bin noch auf Platz 1 aber ich bin normal auch Level 5,50 und das ist eine 5,30er Indie eine 5,30er Dungeon und das ist eine die 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 So, wie geht's das? Und, wo kommt der Boss? Wo ist er? Der hat noch Angst, der Boss. Da, jetzt kommt er. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Assassin, ja? Der Boss. Naja. Trotzdem tot. Ist ja auch egal, wie er eigentlich aussieht. Ah, das ist fertig. Mal schauen, ob ich in dem Levelbereich auch noch Erster bin. Noch bin ich Erster. Oh, ein Deutscher. Mit... Krönische Schrift. Krönisch heißt das? Weiß gar nicht. Und ein Italiener. Oh, ich bin noch Erster. Ich denke, ich bleibe auch über das Dach. Obwohl, ne. Der ganz unten, der macht mir das schon wie ich. Was hat das gleich nach der Reihenfolge zu tun? Der Italiener, der ist stärker. Als ich. Guck, der macht schon 40.000. Oder 4.000. Ich mache 3.000. Und... Wo ist ja eigentlich... 1.000 ist hier nach dem Komma eigentlich dann. 4.000.000. Und... 3.000.000. ... 3.000.000. O. 5.000.000. 6.000.000. 2.000.000. 5.000.000. So, das war dann. Ein Versuch habe ich noch bei denen. Schnelles Betreten, Betreten. Jetzt bin ich wirklich der Schlechteste. Ne, doch nicht. Oh, hier sind zwei Anführer. Einmal ich, Glatterclans Amt Führer. Und da JG730 Amt Führer. Oder war noch einer. Der andere ist auch Amt Führer. Der Mexikaner ist glaube ich auch noch einer. Amt Führer. Amt Führer. Der verschwindet nur noch mal wieder. Also die JG730 ist Saudi Arabien. Der Mexikaner. Amt Führer. 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 Zubi! warum sagt er noch ich habe hier was alles zu niedrig fertig fertig und fertig meine frau auch nicht bei denen muss ich noch die letzte quest machen die geht aber erst um 20 uhr da steht es auch bei dem um 20 uhr bei dem piram schlacht teil das ei wackelt da schon wieder ok okay dann da 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 so 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 verließe, was soll ich da machen? geht auch nix mehr täglich geht auch nix mehr schau uns mal schnell eine Dungeon oder eine Quest an auf rechts hier rechts seht ihr den Weg wie er läuft aber wenn er automatisch ist, dann macht er sowieso alles alleine daher und jetzt kommt der Boss da ist da ist das 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 ist also nicht verteilt habe Das Video jetzt beenden, nicht dass es wieder so lang wird. Also die Task-Questum ist auf die eine fertig gemacht. Das geht erst um 20 Uhr. Mit Kürbismenschen sprechen, wenn er noch da ist. Die Krieg wird mir sein. Die Curiosity hat den Kuchen. Ich schreie für die Welt der Moonlitil. Welt. Hm, nichts mehr? Schade. Allianz. Wie viele Mitglieder habe ich denn? Wow! Anmelden. Boss. Herausforderung. Automatik. Wolfskönig. Takomo. Takoma. Ich wollte eigentlich nicht aufhören. Dann finde ich noch was, dann mache ich das schnell. Schlimm mit mir. Aber wie gesagt, die Passcase war nach 28 Minuten fertig. Bis auf die eine. Muss ich erwarten, bis es heute Abend fertig ist. Aber irgendwie der Stift. Das ist echt hier. So. Das ist halt, bis jetzt nicht es ist. Und das ist die kardeş. So. Ich versuche ab, man. Ich versuche ab, man. Ich versuche ab, man. Das sieht ja schon mal gut für mich aus. Ich versuche ab, man. Ich versuche ab, man. Ich versuche ab, man. Ich habe gesiegt. Und jetzt machen wir mal die beiden. Ich versuche ab, man. 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 Das machtı auch gleich. Locks hat mich noch nicht eingeholt. Okay, ich denke mal, macht er auch gleich oh die Uhr hier unten links geht sogar richtig 7 Uhr 28 ich denke mal hier kommt jetzt gleich der Boss da ist er schon der kleine Boss oh ich bin tot ein Auferstörungstrang und Automatik an oh der Stärkste ist gleich tot und er ist tot holy shit das sieht nicht gut für uns aus und Lex ist auch gleich tot Lex ist tot jetzt bin nur ich da dennoch halbes Lehm ne alleine brauche ich das ja gar nicht weiter zu machen verlassen gut mit dieser Niederlage werde ich das Spiel jetzt so beenden also immer wenn es am schönsten ist soll man ja aufhören Scherz dann hole ich mir jetzt mein Ticket ab und sag Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao Ciao